Hallo. Guten Morgen. Morgen. So, wir fahren jetzt heute hier nach Köln. Esel ohne. Und zwar alle im Kofferraum. Aber kein deutsches Team spielt mehr mit dabei. Mausputz ist rausgeflogen. Gestern gegen Flipside Tactics. Die haben gegen zwei Teams verloren. Und beide Teams, gegen die die verloren haben, sind übrigens auch heute nicht mehr dabei. Die sind auch schon raus. Das heißt, die sind die schlechtesten der Schlechten. Die sind so schlecht. Respekt. Das muss man erstmal schaffen. Ja, wo fahren wir denn heute genau hin? Ja, wir fahren heute nach Köln in die Langsnes Arena. Knapp 17.000 Leute sollen da sein. Warte, ich hab hier noch Stativ. Dankeschön. Knapp 17.000 Leute, wenn ich nicht falsch informiert bin. ESL1 soll medial gesehen das größte E-Sport Event jemals werden. Und wir sind natürlich live dabei. Aber nicht nur als Zuschauer, sondern als Special Guest. Und nicht nur Special Guest, sondern Very Special Guest. Ist das Event größer als mein Bizeps? Ja, ne, das jetzt nicht. Aber wir kommen schon nah dran. Gut. Also als einer, nicht zusammengenommen. Tchuh, zoom! Guck mal da sind die beiden. meinen Heimpreis, ob die Batterien haben. Hallo, ihr seid genau in diesem Moment gerade im Fernsehen. Hallo Fernsehen, ist das das Internet? Ja, grüß mal Indien. Hallo, ich grüße Indien und Pakistan. Hab Frieden, Israel und Palästina wieder auch. Habt ihr Batterien? Nein, die holen wir jetzt. Wer hat verpennt? Der Melo. Melo hat verpennt. Melo hat verpennt. So, kann mal einer hier den Kofferraum öffnen, damit ich die schweren Batterien da rein tun kann? So, liebe Freunde, ja, ich bin dann jetzt auch mal bei Ben im Auto. Ja, ich bin dann auch mal bei Ben im Auto hier und die anderen Heimpreisenten hier. So, hallo, ihr Heimpreis hier, Melo und so. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mach jetzt meinen Durstlöscher auf hier. Ganz rein. Ich hab mir nämlich einen Durstlöscher gekauft. Ich hab mir eine totale vom Durstlöscher hatte, ey. Oh, ich hab gerade so richtig schöne lecker Wurst gegessen. Ich hole jetzt meinen Durstlöscher, ja. Nein, ich will keinen Schokie. Mmmmm. Ah, Auto! Look at me now, oh. Look at me now. Was ist denn da dahinteren? Ist das der Kölnerdom? Ist das der Kölnerdom? Oh, der Zuchtkötz. Seid ihr auch alle aufgeregt? Regt. Warum, wenn nicht so unerregt? Sexuell. So, da ist die Lanxess Arena. Liebe Freunde, gleich geht's los mit Counter-Strike. Ich trete euch an, mein Akkoll. Ja, liebe Freunde, wir sind jetzt angekommen in Köln, haben jetzt gerade das Auto abgestellt. Wir haben hier geparkt, ich zeig euch das mal wo. Könnt ihr das überhaupt lesen? Kann man das lesen? Ja, da kann man. Jetzt kann man es lesen. Frauenparkplatz. Wenn man jetzt mal guckt hier, diese lange Schlange, wenn ihr das sehen könnt. Da, jetzt, da unten. Oh, wer grabscht mir den Arsch rum. Hi. Oh, geil. What the fuck is that? Erzähl mir, was du da hast. Erzähl mir, was du da hast. It's the fucking Nerf gun. Und was hast du damit vor? Das hier. Oh, Nerf nicht. So, Counter-Strike. Counter-Strike. Abupé. Oh, Big Biceps. Big Biceps. Abupé. 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 Big Biceps. So, liebe Freunde, das ist ja meine mega 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 Ich habe dich genau auf Band, wie du da hinten in die Ecke pinkelst. Genau da habe ich dich. Ja, 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 ich habe alles auf Band. Liebe Freunde, ich bin heute auf jeden Fall mal der Vlog-Beauftragte. Halt die Fresse! So, liebe Freunde, hier ist irgendwie kein Mensch mehr. Außer wir. Hallo. Zu Ende war gut. Zu Ende war gut. Ein Schuss. Ein Tor wie Bayern. So, liebe Freunde, das ist das nächste große Event, wo wir hingehen. Natürlich auch alles VIP drum und dran. Ben hat alles klar gemacht, denn der ist großer BB-Blogsberg-Fan. Schawarnack und Zorn. Hexerei. Hexenhexen überall. Hexerei-Karton. Und was ich wirklich muss, ist, dass du mich prüfen hast. All right, you gotta be really loud. We gotta rehearse that, be really loud! Ah, that was way better than the other one. Something that you like, show it. You can show it in being really fucking loud. All right, I mean really loud. One more time, be really loud! Yes! Yeah! Yeah! All right! No, I'm sorry. No, I'm sorry. No, I'm sorry. No, I'm sorry! No! No, no, no! Das ist ein bisschen schwierig. Das ist eine Art von der Bombe. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig zu halten. Ein sehr einfaches Task. Aber es ist eine große Herausforderung. Ein weiteres Ziel für Kingbid. Aber sie zurückzütteln. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist eine gute Idee. Oh, die Kamera ist ja öffnig. 360 Nose-Golf. In die Eier. Oh, du kannst dich bitte nochmal bücken wegen dem Arsch und so. Was sind wir los? Was haben Sie von derzeitigen Event? Kann ich nicht verstehen. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt, dass es aufhört. Ballerspiele. Ballerspiele, das ist schlimmer als Weltkrieg. Guck da, wie die das feiern, wenn Menschen umgebracht werden. Alles voll in die Uhr. Ohhhh! Leute, Freunde, wir sehen, wir haben uns richtig geile zu werden. Ich hatte mega Spaß, gerade hat die Vendetik. Wir haben auch wenig Deutsch gewonnen. Wir machen uns jetzt auf zur Aftungskarte. Ja, tschüss! Hallo! Wie fandet ihr es? War gut? Ich bin der Dirk! Schnell weg! Super! Lass uns die kleine Sau! Loscher! Das ist der beste Teil der Elisabeth, der war ein Huper. Diese Menschen drehen voll am Rad. Aber vollkommen drehen die am Rad. Junge, das ist so gut! Dieses Mal. passt auf! Sie haben eine sehridee한 Menge mit beiden Mäßchen. Ich habe nichts anderes. Das war so beautiful. Ich habe nichts mit der Sonne.